Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video mit dem Multipack der brandneuen Champions League Sticker zur Saison 2023-24 von TOPS. Die Champions League Sticker offiziell seit Dienstag, dem 28. November im Handel erhältlich und normalerweise beginnt man eine solche Kollektion ja auch mit der Vorstellung des Albums, so wird es zumindest üblicherweise hier im Kanal gehandhabt. Das konnte ich bisher allerdings nirgendwo finden, genauso wie die Einzelsticker. Das einzige, was am Erscheinungstag aufzutreiben war, war dieses Multipack. Bisschen komische Distributionspolitik, denn gerade bei einer Stickerkollektion ist das Album ja wichtige Grundlage, aber ich hoffe mal, dass das in den nächsten Tagen dann auch im Laden eintrudelt und ich es euch dann auch vorstellen kann. Einen ersten Blick auf die Sticker wollen wir natürlich trotzdem werfen und das tun wir, wie gesagt, mit dem Multipack. Das enthält, wie ihr rechts oben sehen könnt, sechs Päckchen mit jeweils acht Stickern und das Ganze gibt es zum Preis von 5,99 Euro. Bedeutet also, die Stickertüten kosten genau wie im Vorjahr weiterhin 1 Euro. Eine Preiserhöhung haben wir hier allerdings trotzdem, denn wer sich an die letztjährige Stickerkollektion erinnert, dem wird vermutlich schon aufgefallen sein, dass wir gegenüber der Vorjahreskollektion hier zwei Sticker weniger in dem Päckchen haben. Statt den zehn Stickern aus dem letzten Jahr sind jetzt nur noch acht Sticker in dem Päckchen. Das ist also der alternative Weg, wenn man nicht am Preis drehen will, dann verringert man einfach den Inhalt. Machen aktuell ja viele Hersteller so, sodass es inzwischen dafür sogar schon einen eigenen Begriff der Schränkflation gibt. So, zurück aber zu unserem Multipack, das ich euch, nachdem wir es jetzt eine Weile von vorne gesehen haben, natürlich auch nochmal von der Rückseite zeige. Und auf der rechten Seite seht ihr schon als kleine Bildchen eine Vorschau auf das Album. Und auf der linken Seite die neuen Features, die Topps für diese Kollektion ankündigt. Es gibt neue Team of the Season Sticker. Die hatten wir, wenn ich mich recht entsinne, im letzten Jahr ja auch schon. Da bezieht sich das neu dann eher auf eine Aktualisierung. Dann haben wir Adidas Starball History Sticker, Memory Set Stick Classic Moment Sticker. Und ganz interessant hier Vote for the GOAT-11 Interactive Fan Sticker. Da gab es ja im Sommer eine Abstimmung, wer die größten Spieler aller Zeiten sind, an der man sich beteiligen konnte. Neue Mega-Signing Sticker und neue ultra-seltene nummerierte Parallel-Impact Sticker. Was mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker haut, denn so toll ich das bei einer Kart-Kollektion mit den Parallels finde, so viel am Platz halte ich Parallel-Sticker bei einer Sticker-Kollektion. Der Trend wird sich aber nicht mehr aufhalten lassen, denn für Topps bedeutet das natürlich Generierung zusätzlicher Einnahmen. Daher vermutlich doch wieder einige auf die Jagd nach diesen Parallel-Stickern gehen werden. Rechts unten sehen wir nochmal den Preis mit 5,99 Euro. Alternativ 7,5 Schweizer Franken. Und ich hole euch nochmal eben die Grafiken des Albums ein bisschen näher ran, nachdem wir jetzt noch kein Album haben, in das wir reingucken können. Habt ihr zumindest hier mal den Blick auf ein paar Seiten des Albums. Und nachdem wir das jetzt gesehen haben, wollen wir unser Multipack mal öffnen. Und unsere 6 enthaltenen Stickertüten ans Tageslicht schütteln. Und da haben wir sie mit knallig-rosanem Rand. Alle mit dem gleichen Motiv. Und auch diese Stickertüte schauen wir uns nochmal eben schnell aus der Nähe an. 8 Sticker steht vorne drauf. Preis hat Topps jetzt nicht mit aufgedruckt, aber bei einem Preis von 5,99 Euro für das Multipack kann der eigentlich nur bei einem Euro-Pro-Stickertütchen liegen. So, dann wollen wir mal ins Innere schauen. Und auf die allerersten Sticker zur neuen 2023-24-Saison. Und unser allererster Sticker ist direkt ein Glitzer-Sticker mit so einem Disco-Motiv im Hintergrund. Ich hoffe, das kann man gut erkennen, wenn der Sticker jetzt so ein bisschen im Licht bewegt wird. Und da haben wir das Logo des FC Salzburg aus Österreich. Schicker Logo-Sticker. Ist mal ein bisschen was anderes als das, was man so aus der Vergangenheit kennt. Dann kommt unser erster normaler Spieler-Sticker, so wie es aussieht, mit Fabian Scheer. Schweizer in Diensten von Newcastle. Ihr seht, wir haben den Namen einmal im Vorder- und einmal im Hintergrund. Das Vereinswappen ist drauf. Champions League-Logo, Landesflagge. Und hier unten noch ein zusätzliches Zeichen, das eventuell für die Position auf dem Spielfeld steht. Da müssen wir mal schauen, wie sich das verändert. Bei den weiteren Stickern, dann haben wir so Yunshu für Atletico. Dann haben wir Kai Gündogan von Barcelona. Und hier sehen wir auch, der hat ein anderes Zeichen da unten. Dann haben wir Yusufa Moukoko. Und der Schuh mit dem Ball steht dann vermutlich für die Stürmer. Ronny Lopez, Portugiese in Diensten von Braga. Und nochmal Praga mit Adrian Marien, bevor wir dann zu unserem zweiten Glitzer-Sticker kommen. Und das ist Caroline Graham-Hansen, die ist als Champions League-Siegerin mit dem FC Barcelona ins Team of the Season der letztjährigen UEFA Women's Champions League geschafft hat. So, Päckchen Nummer zwei. Und da haben wir unseren ersten Mega-Signings-Sticker mit Rasmus Reulund von Manchester United. Und wir sehen, im Hintergrund wird das gleiche Disco-Motiv verwendet, dass auch die Logo-Sticker haben. Dann haben wir Matteo Damian von Inter. David Joracek von Benfica. Ivan Nilsson von Porto. Luka Modric für Real Madrid. Jean-Pierre Nsame von den Young Boys aus Bern. Teamkollege Sandro Lauper. Und zum Abschluss für den Glitzer-Sticker diesmal das Wappen von Atletico Madrid. Nächstes Sticker-Tütchen und der nächste Mega-Sticker mit Luis Openda von RB Leipzig. Dann haben wir Erik Lamela von Sevilla. Igor Pashao von Feyenoord. Ben White für Arsenal. Marius Kiergaard von Salzburg. Einiges zu drehen hier. Mohamed El-Junossi für Kopenhagen. Teamkollege Obi Oskarsson. Und zum Abschluss haben wir dann einen der neuen Impact-Sticker mit Quaratskelia von Neapel. Die in der letzten Saison komplett gefehlt haben und auch in der aktuellen Magitex-Kollektion nicht enthalten sind. Aber für die Sticker-Kollektion ist es Top-Sits offenbar gelungen, einen neuen Lizenz-Deal mit Neapel abzuschließen. So, dass wir deren Spieler jetzt auch wieder in den Kollektionen sehen werden. So, nächstes Sticker-Tütchen. Und das ist unser erster Legenden-Sticker mit Andrea Pirlo. Und der gehört zu dieser Greatest-of-all-Time-Kategorie. Richtig schicke Sticker. Und die Unterschrift natürlich aufgedruckt. Das ist keine echte Unterschrift. Wäre auch, glaube ich, sonst ein bisschen schwierig, so klein auf so einem Sticker zu unterschreiben. Dennoch richtig schicke Sticker. Dann haben wir einen Sticker, der wie ein Highlight-Sticker aussieht. Ein Rückblick auf das Spiel zwischen Manchester City und Ajax. Und dann normale Spieler-Sticker. Urs S. Bayec von Oderschenberg-Grad. Alexander Subkov von Shakhtar Donetsk. Dann haben wir den offiziellen Spielball der UEFA Champions League. Pierre Kaloulu vom AC Milan. Marco Reus, Brüssel Dortmund. Und nochmal ein Wappen, diesmal das von Inter Mailand. Und dann haben wir den offiziellen Spielball. So, ihr seht schon, sehr ähnlicher Aufbau dieser Sticker-Packs. Immer ein Glitzer-Sticker zum Anfang und zum Ende. Und dazwischen dann normale Sticker. Und wir finden als nächsten Glitzer-Sticker den Mega-Signing-Sticker von Jude Bellingham. Dann haben wir oben Diaz von Manchester City. Serge Gnabry für die Bayern. Alexander Zinschenko von Arsenal. Dann haben wir wieder einen Spielball. Und dann ist das erstwohl auch nicht der offizielle Spielball, sondern jeweils die Bälle aus vergangenen Finals. Denn hier haben wir den zum Finale in Berlin 2015. Und dann frage ich mich allerdings bei dem anderen, der vom Finale 2022 in Paris ist, ob da statt Peace nicht oben in Paris stehen müsste. All das könnte man sicherlich deutlich besser beantworten, wenn man schon das Album gesehen hat. So, müssen wir uns aber erstmal weiter so durchhangeln und haben als weitere Sticker Raphael Leao vom AC Milan, Rasmus Falk von Kopenhagen und als Glitzer-Sticker der Impact-Sticker von Goncalo Ramos. Seit dieser Saison ja aktiv für Paris Saint-Germain. So, dann kommen wir zu unserem letzten Sticker-Tütchen aus diesem Multipack. Und da haben wir einen super Striker-Sticker. Und den musste ich mir mal leicht drehen, damit ich den Namen überhaupt lesen konnte. Wir haben Luis von Braga, gar nicht so einfach, wenn der Sticker so reflektiert. Dann haben wir Alex Meret von Leapel, Peter Gulashi von Leipzig. Alejandro Garnaccio als Next-Gen-Sticker von Manchester United. Die gibt es also auch noch im Look der normalen Base-Sticker. Dann haben wir Munoz von Real Sociedad. Und nochmal Next-Gen-Sticker mit Arthur Vermeeren von Anderlecht. Und dann haben wir noch Muya, ebenfalls Anderlecht. Und einen weiteren super Striker-Sticker mit Kevin Volland vom 1. FC Union Berlin. Ja, und damit sind wir durch mit den 6 Päckchen und den insgesamt 48 Stickern aus diesem Multipack. Der neuen Champions League 2023-24 Sticker-Kollektion von TOPS. Richtig tolle Sticker haben wir gesehen. Besonders edel natürlich diese Greatest-of-all-Time-Sticker mit dieser zusätzlich aufgedruckten Unterschrift. Und was mir, wie gesagt, gut gefällt, ist, dass man bei den Logos versucht hat, auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und da ein neues Design im Querformat gewählt hat. Wie sich das dann alles über das Album verteilt, werden wir dann im Video mit dem Starter-Pack zu dieser Sticker-Kollektion sehen. Das erfolgt dann, sobald ich ganz auftreiben konnte. Wird dann hoffentlich in den nächsten Tagen passieren. Bis dahin würde es mich aber natürlich freuen, wenn ihr schon mal euren ersten Eindruck von dieser neuen Sticker-Kollektion unten ins Kommentarfeld tippt. Und ein bisschen Support für diesen Kanal könnt ihr gerne auch da lassen, indem ihr aufs Däumchen nach oben klickt und Like für dieses Video da lasst. Mehr zu dieser Kollektion dann, wie gesagt, in den kommenden Tagen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann schnappt euch noch eines der kostenlosen Kanal-Abos. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.